So. Hä? Oh. Das zeigt ihr mir jetzt aber nicht jedes Mal an, oder? Wenn ja, hurra. So, ich gehe ins Level wie angekündigt, denn hier scheint viel in der Regierung zu liegen. Aber irgendwie finde ich sie jetzt nicht mehr. Wo war das denn noch gleich? Welche Stelle? Ah, da oben. Aber erstmal möchte ich bitte... Das wollte ich eigentlich für meinen Energietank haben. Jupp, danke. Zack. Das ist langweilig. Und die Jäger treffen mich alle, das finde ich gar nicht gut. So. Das dauert aber noch. Bis der Volles dauert das noch. Und hier ist grad extrem heiß irgendwie drin, merke ich. Puh. Da lala. Laden wir unsere Energietanks auf. Dann rufe ich ein bisschen über diese tolle Eisfläche. Da. Zack. Wieder etwas. Yes. Ich fülle das. Ich fülle das eigentlich auch vom Energietank. Ein Sechstel und Löffel. Also ein großes Teil. So. So. Ich fülle ich aufwarten, als ich getroffen werde. Puh. Das war knapp. Ist da unten was? Nö. Natürlich nicht. Wie komme ich da auf? So. Da. Zack. Yes. Wieder Energie. 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 Das war's glaube ich, oder? Jo. Ich glaube ich werde auch in die Stage von den Typen gehen. In die Stage von dem Typen gehen. So. Jetzt werde ich mich hier aufladen. An Gegner, die ich auch treffen kann. Dembora. So. 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 Aber der istousing der Inte noch. Und einmal rein. So. Scheisse. Deswegen sind die Gegner so krank jetzt zum Aufladen. Weil die mehr Schaden machen, als ich mich aufladen kann. Gut, da kam gar nix mehr. Gut, das ist ne schöne Waffe dafür. Total aufregend grad, muss das sein. Yes, wir laden unsere Energietanks auf. Das wollte ich schon immer mal sehen, wie das funktioniert. Danke, das wollte ich auch schon immer mal sehen, wie das funktioniert. Wow, dreh dich nicht um. So, letzter Energietanks, soweit ich weiß. So. Ach Gott. Ihr seid scheiß Maschinen, ihr seid scheiß Maschinen und ihr gebt mir vor allem keine Energie mehr. Außer Kleine. So, ah, schön. Ich geh wieder oben lang, weil unten lang, da trifft mich der Eidekack da immer. Der blöde Roboter, der trifft mich hier oben auch. Okay, gut zu wissen. Und der trifft mich da und ihr trifft mich alle irgendwie. Oh Gott. Ein herzendes Verfahren. Juhu, Energie. Ja, danke. Zack, zack, zack. Gut, dass du nicht springst, wenn ich jetzt drücke Megaman. Danke. Hier. Ja. Mann, der springt nicht. Wahrscheinlich habe ich zu schmecken. Ja, toll. Das ist eine große Energie für gar, für nichts. Oh, ist das öde, Leute. Gute. Gut, gut. Yes. Zum Glück. Yes. Ach, geht doch. Endlich. Endlich voll. Ach, Zero. Zero, Hasi. Jupp, mach das. Wir kümmern uns um Sigma. Und weh, ich sterbe jetzt schon wieder. Denn wenn dies so sein sollte, muss ich mich schon wieder aufladen, wozu ich relativ wenig Lust hätte. Gut, das war die Kreisel-Power. Zack. Ja. Ja. Mhm. Jo. Ja, geil. Hammer. Gut, dass du uns was sagst. Guter Anfang. Was mache ich hier gerade? Sagt dir das jetzt einer? Okay. Ersten Energietank. Ersten Energietank. Ersten Energietank. Ersten Energietank. Okay. Gut, dass er sich trifft. Jetzt kommt schon. Oh, jetzt hat's doch so viel abgezogen. Okay, scheißegal. Wir haben halbe Energie und drei Energietanks. Das muss doch wohl ausreichen. Wir haben keine Ahnung, was der für eine Schwäche hat, ob der überhaupt eine Schwäche hat. Ja. Ja. Sigmar steigt in seinen Megazord. Ja. Well done. It's a struggle, Thor. Und dann werden wir uns weltweit. Thank you. 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 Los. Herzlichen Glückwunsch. Hä? Hä? Ah. Okay. Oh, scheiße. Irgendwie habe ich Schiss, dass der mir zu viel abzieht. Soll ich den Energietank benutzen? Zur Sicherheit. Ich weiß es doch nicht. Okay, okay, okay. Energietank. Ey, hallo. Irgendwie trenne ich den nicht. Mann! Gut, ich muss einfach höher. Puh, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt kommen wieder diese scheiß Raketen. die etliches an Energie abziehen. Oh, Mann! Scheiße! Mann! Oh! Ey. Kacke. Schaffen wir nicht. Weil ich den Penner irgendwie nie treffe. Wir kommen schon. Verkackte Kacke. Mann! Scheiß Dreck! Warum treffe ich den Penner denn nie? Das waren zwei gute Treffer. Und noch ein guter Treffer. Oh Gott, ja. Ja, 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 ja. So, weiter, weiter, weiter. Genau so. Ja. Ja, komm. Komm schon. Komm schon. Wer packt's, wer packt's, wer packt's, wer packt's, wer packt's. Oder? Schaffen wir das? Oh, scheiße, ist das knapp. Oh, Nervenkitzchen schlechthin. Oh, ich bin grad da. Oh, Scheiß. Komm. Oh Gott, komm schon. Ja, voll, er ist tot. Oh Gott, das war... Ein... Der Kampf war heftig. Den fand ich krass. Oh Gott. Na, was kommt jetzt schon wieder? Oh Gott. Oh, no, it can't be. I can't even defeat you with this magnifying... Magnify-cent body. There seems to be only one choice, or I possess you.